Hallo Leute, am ersten vollkommen neues Jahr und ja leider muss ich wieder nach Australien, aber wir haben unser letztes Ding hier zusammen mit den Jungs in Deutschland. Wir haben eine Mega 65 Priserion Maschine Nummer eins, die ist meine und dann haben wir auch einen C64 Maxi mit der funktionierenden Tastatur und so weiter und einige Leute haben bemerkt, okay es dauert ein bisschen für das zu bieten und natürlich gibt es kein Steckmodul, Stelle und so weiter, es ist eher minimal könnte man sagen, aber der Preis ist total günstig. Im vergleichen Mega 65 muss es etwas teurer sein, aber dann man kann bestimmt Module einstecken und Laufwerke und so weiter und es hat diese ja internale 3,5 Zoll Dingsbum da auch und am Ende auch das User-Port soll da sein. Ich denke, dass wir können ganz kurz den vergleichenden Bootzeit von dieser beiden Maschinen anzeigen. Das ist Emulieren mit einem ARM Prozessor und Linux drin hier und es ist Mega 65 per FPGA hier. Jetzt lassen wir uns dann gleichzeitig sie anmachen. Open Mega 65 ist schon gebootet und wir können sogar Open das fangt an und wir können, lass uns gar nicht spielen, wir können sogar im Spiel sagen Mega 65 bevor das D64 Maxi gebootet hat. Aber das ist zu erwarten, dass das echte Hardware ist mit einem FPGA und das ist Emulieren. Aber ehrlich gesagt für 100 was Euro, es buchtet eher schnell und die Tastatur und so weiter ist für den Preis total okay. Es liegt total im Vergleich mit der mechanischen Tastatur, aber es ist doch günstig. Es freut uns sehr, dass wir 2020 diese verschiedenen Maschinen auf dem Markt haben und wir hoffen, dass Mega 65 so schnell wie möglich auch auf den Markt zu bringen, dass alle Leute können so viel 8-bit Spaß machen, dass es ein ganzes Jahr ausreicht. Okay, tschüss und bis zum nächsten Mal. 1